Also nochmal kurz zu mir. Ich bin im Buchmarkt schwerpunktmäßig tätig, berate Verlage und andere Unternehmen, wie sie die neuen Möglichkeiten des Social Webs nutzen können in Bezug auf ihr Marketing. Ich bin nebenbei noch tätig in der Literaturgesellschaft, in der Fontanegesellschaft bin ich im Vorstand und neben aktuellem Lehrauftrag war in St. Gallen. Also habe so eine Art Freiberufler-Tätigkeit, die sehr vielgestaltig ist, wie das häufig vorkommt. Habe aber natürlich in der Funktion auch schon öfter Self-Publishing, Diskussionen oder Vorträge miterleben dürfen. Und meistens läuft das so ab, dass die eine Partei sagt, Self-Publishing ist ganz toll, ist super, soll man nutzen. Und die anderen sagen dann, naja, so einfach ist es auch nicht. Das ist schon alles ein bisschen komplizierter. Und damit endet das dann meistens. Da werden dann irgendwelche Sichtweisen ausgetauscht. Und ich finde halt, es stimmt beides. Man sollte es aber ein bisschen differenzierter betrachten, weswegen ich auch die Mischung heute hier gut finde in der Diskussionsrunde. Und vor allem sich überlegen, was Autoren eigentlich im Kern wollen. Und da ist es ja so, der Autor, der das nicht nur nebenbei macht als Marketinginstrument, sondern wirklich Autor ist, der möchte ja vor allem schreiben und gelesen werden. Und dafür braucht er eben Geld, um sich diese Zeit zu erkaufen, um schreiben zu können. Und um überhaupt bewerten zu können, wie attraktiv die neuen Möglichkeiten des Self-Publishing sind, muss man sich natürlich mal anschauen, wie der Ist-Status ist. Wie ist denn die jetzige Situation im etablierten Buchmarkt? Und da ist es so, dass es durchaus schwierig ist, für Autoren Geld zu verdienen, über die Runden zu kommen und dann eben schreiben zu können. Also wenn man dann Statements hört, wie beispielsweise von Andreas Mayer, ein Schriftsteller, der vor einer Weile einen Preis gewonnen hat, für über 12.000 Euro war der dotiert. Und er hat gesagt, das ist super, weil das gibt mir vier bis fünf Monate Lebenszeit, in der ich eben schreiben kann. Da sehen wir schon, die Ansprüche sind da nicht riesengroß. Wir reden da über überschaubare Geldbeiträge. Auch eine renommierte Schriftstellerin wie Katharina Hacker, die 2006 den Buchpreis gewonnen hat, den Deutschen Buchpreis, sagt, Geld verdienen mit Büchern an sich ist schwierig. Es gibt alle möglichen Instrumente oder Möglichkeiten wie eben Lesungen. Aber das Buchschreiben an sich ist schwierig zum Geld verdienen. Und ein Lyriker, Markus Rohloff, hat mal gesagt, das fand ich auch ganz treffend, zum Glück verdient meine Frau okay. Also auch Querfinanzierung ist durchaus nicht unüblich in dem Bereich. Und es ist immer schwierig an Zahlen zu kommen, aber wenn wir uns mal die Zahlen der Künstlersozialkasse anschauen, im Bereich Wort, wo es wirklich um Autoren geht, die berufsmäßig schreiben, dann reden wir da über Durchschnittseinkünfte im Jahr von unter 20.000 Euro. Also das einfach mal zum Hintergrund, das ist die Situation, über die wir reden, in dem etablierten Buchmarkt. Und Neueinsteiger haben häufig Einkünfte von unter 15.000 Euro. Und selbst eine Erfolgsautorin wie Katrin Passig, die ja hier auf der Republika unterwegs ist, die seit einigen Jahren von Buchvorschüssen lebt, verdient insgesamt im Jahr 20.000 bis 25.000 Euro laut Eigenaussage. Also die Bäume wachsen da nicht in den Himmel. Und noch dazu kommt, dass wir eine starke Ungleichverteilung haben. Es gab mal eine Umfrage zwischen Autoren und der Autorin, wo gefragt wurde, wie viel verdient ihr denn? Und da ging es auch um professionelle Autoren. Und da kam heraus, dass die Top 10 Schriftsteller in Deutschland 41 Prozent der Einnahmen abgreifen. In England war das noch größer, war der Anteil noch höher, über 60 Prozent. Das heißt, wir haben dann nicht nur ein niedriges Durchschnittseinkommen, sondern eine starke Ungleichverteilung. So eine Art Longtail, wie wir das auch aus anderen Bereichen kennen. Und nur die, die eben wirklich am Kopf dieses Longtails sitzen, verdienen richtig Geld. Und da wollen dann eben auch alle hin. Und wenn man dann Umfragen liest, wie eine jetzt im März erschienene von der Leipziger Buchmesse, da kommt dann eben folgerichtig heraus, dass alle Autoren quasi sagen, ich möchte zu einem richtigen Verlag mit gedruckten Büchern und dort eben hoffentlich ein Erfolg werden. Weil alle wollen in diesem Kopfbereich des Longtails und mit einem Hit möglichst dann vom Schreiben leben können. Ja, das ist die jetzige Situation. Und das macht es ja gewissermaßen auch schwierig. Und wenn man dann eben die Autoren fragt, das kam in dieser Umfrage auch vor, wie seht ihr denn den ganzen Bereich Self-Publishing und E-Books? Dann sagen die, das ist alles ganz nett, quasi als Add-on. Aber wir schätzen die Erfolgsaussichten als nicht sehr groß ein. Weil sie eben wissen, am ehesten verdiene ich dann Geld, wenn ich bei einem klassischen Verlag bin und gedruckte Bücher herausgebe und dann Erfolg lande in diesem hitgetriebenen Geschäft des Buchmarktes. Und genau hier kommt, glaube ich, herein, welche Rolle dann eben Self-Publishing spielt. Weil wenn man dann nämlich noch die Autoren fragt, wie war es denn bei euch, warum habt ihr konkret Erfolg gehabt? Dann sagen drei Viertel der Autoren, wenn ich einen Erfolg gehabt hatte, wenn ich Bücher verkauft habe, dann kam das vor allem durch meine eigenen Aktivitäten, durch meine eigenen Bemühungen, Marketing zu betreiben. Drei Viertel der Autoren sagen. Das ist auch ganz logisch, dass die das sagen, weil ein klassischer Verlag kann es sich eben auch gar nicht leisten, für sämtliche Autoren des Programms richtig Werbung zu machen. Die verdienen ja nur mit wenigen Autoren wirklich Geld und die pushen sie dann besonders. Und die anderen müssen sich auch, wenn sie bei einem Verlag sind, selber kümmern. Und 96 Prozent in dieser Umfrage haben heraus, der Verlage wiederum sagen auch, wir möchten, dass unsere Autoren eine eigene Website betreiben und sich selber kümmern. Also diese Diskussion Self-Publishing versus klassischen Verlag muss man gar nicht führen, weil egal, ob ich jetzt rein selbstständig unterwegs bin oder bei einem klassischen Verlag bin, ich muss mich auf jeden Fall selber kümmern. Und das ist ganz wichtig. Und hier kommt er rein und damit kriege ich den Schwung und das ist auch nicht neu. Also Autoren mussten sich schon immer selbst einbringen mit Lesungen, Messeauftritten und Ähnlichem. Das ist ganz bekannt, aber diese Instrumente sind jetzt einfach neu im Internet. Und hier kommt er rein und damit schließt sich der Kreis, was Kevin Kelly mal gesagt hat vor ein paar Jahren. Man kann über die Runden kommen, hat er formuliert, wenn man tausend echte Fans gewinnt. Also wenn wir uns überlegen, jeder dieser echten Fans gibt 50 Euro im Jahr aus, dann habe ich 50.000 Euro Umsatz, habe ich natürlich noch Kosten, aber damit kann ich schon über die Runden kommen. Und er sagt, je direkter meine Kundenbeziehung ist, desto eher kann ich von wenigen Fans eben leben. Und ich denke, das ist der Punkt. Self-Publishing hat Vorteile, hat aber auch große Nachteile. Es ist nicht alles rosa-rot, aber es gibt mir die Möglichkeit, einen direkten Kontakt zur Zielgruppe, zu den Lesern aufzubauen. Und je direkter dieser Kontakt ist und je direkter ich quasi Umsatz mache, desto eher brauche ich nur eine überschaubare Anzahl von Lesern, von Kunden, um über die Runden zu kommen. Und das ist, glaube ich, die Chance vom Self-Publishing. Natürlich heißt das nicht, dass ich jetzt niemals irgendwie einen Dienstleister beauftragen darf oder zum Verlag gehen darf, kann ich machen. Das heißt aber, je indirekter diese Kundenbeziehung dann wird, desto mehr Fans brauche ich dann auch wiederum. Und das ist, denke ich, der Kernpunkt. Es gibt hier durch das Self-Publishing die Möglichkeit, sich eine Fan-Basis aufzubauen, die zu unterhalten. Das wird nicht jedem gelingen, aber vielen ja eben doch. Und dann eben aus diesem rein hitgetriebenen Geschäft des klassischen Buchmarktes herauszukommen, um so viel Geld zu verdienen, dass ich über die Runden komme und existieren kann. Und das ist mir ganz wichtig, nochmal zu betonen. Das ist ja das Ziel, was die meisten Autoren haben. Die wollen nicht viel Geld verdienen, die wollen zunächst mal schreiben können und gelesen werden. Weil wenn sie viel Geld verdienen wollten, würden sie sich einen anderen Beruf suchen. Genau. Und wie das dann gelingen kann, das ist genau die spannende Frage. Da haben wir auch ein paar Kandidaten, die hier sitzen und schon eigene Erfahrungen einbringen können. Um das abzurunden, kann man sagen, wir müssen Verbindungen zu den Kunden eben aufbauen, direkten Kontakt aufbauen und dann uns überlegen, was können wir diesen Leuten verkaufen, auch über das Buch hinaus. Und damit ende ich. Genau. Und übergebe das Wort. Soweit, Leander, warte ich erstmal. Ja. Dessen neues E-Book, wie ich aus 5 Minuten 10 mache, nächste Woche bei Amazon erscheint. Weiter geht's mit Wolfgang Tischer. Ja, ich gucke gleich mal, was ich von ihm lernen kann. Ja, mein Name ist Wolfgang Tischer, Gründer und Herausgeber des Literaturcafé.de. Eine Website, die es schon seit 17 Jahren mittlerweile gibt. Und da kümmern wir uns um das Thema unter anderem Schreiben und Veröffentlichen. Also, wie schreibe ich vor allen Dingen gut? Was in meinen Augen eine der wichtigsten Fragen ist. Wie finde ich einen Verlag und was mache ich, wenn ich keinen finde? Ich selbst bin gelernter Buchhändler auch und da sind ja Selbstverleger eigentlich immer ziemlich uncool. Das waren so Typen, die kamen verdruckst in die Buchhandlung. Und ich habe hier ein Buch, das habe ich selbst veröffentlicht, wollen Sie es verkaufen? Und man wusste, nein, ich will es nicht verkaufen und keiner wird es kaufen. Das hat sich zum Glück jetzt geändert durch das Ganze, aber man muss natürlich viel wissen und können. Im Literaturcafé habe ich vor einem Jahr, als Amazon auf den Markt kam und Amazon die Möglichkeit bietet jetzt eigene Texte und relativ einfach zu veröffentlichen, einen Artikel darüber geschrieben, was muss ich beachten und was ist wichtig. Und dann kam die Idee, naja, dieser Artikel, den es ohnehin schon gibt, warum veröffentlichen wir den nicht für 99 Cent bei Amazon selbst wiederum als E-Book, und aus diesem kleinen Artikel ist mittlerweile ein ziemlich umfassender Ratgeber geworden und ich, das ist das Besondere, dokumentiere dort auch alle Umsätze und alle Einnahmen wunderbar im Literaturcafé.de. Und ich habe es mit einem Zettel geschrieben, sodass Stand gestern 3.947 Exemplare für 2,99 verkauft wurden und das bringt mir 6.691 Euro und 54 Cent Gewinn. Also zumindest überweist mir das Amazon. Ja, okay, hätte ich 5 Bücher geschrieben, wäre es schon eigentlich ganz gut und da geht es schon los, aber das ist jetzt vor Steuern. Jetzt sollte ich natürlich wissen, wenn ich plötzlich Autor bin und Selbstverleger, wenn ich einen Roman schreibe, bin ich Künstler, Künstlersozialkasse, bin auch da abgesichert und das Finanzamt stuft mich als Freiberufler ein. Wenn ich jetzt plötzlich meine eigenen Bücher auch verkaufe über einen Shop, bin ich dann eher gewerblich unterwegs, also wie der Bauer, der seine eigenen Kartoffeln verkauft. Da fangen schon die Sachen an, wo man mal mit dem Finanzamt oder mit seinem Steuerberater sprechen sollte. Eine wichtigste Sache ist auch die Preisbindung. Davon haben sicherlich alle schon mal gehört. Es wird aber immer wieder gesagt, die Preisbindung ist dafür zuständig, dass die E-Books in Deutschland so teuer sind. Das ist so nicht ganz richtig. Preisbindung heißt nicht, dass die E-Book-Preise an die Preise der gebundenen Bücher gebunden sind oder der Taschenbücher gebunden sind, sondern letztendlich, dass der Verlag den Preis festlegt. Und den kann er natürlich auch für ein E-Book relativ günstig festlegen. Also es ist eher eine politische Entscheidung. Wenn ich jetzt aber meinen Preis festlege, dann müssen alle Händler das zu dem Preis verkaufen. Wenn sie es nicht tun, können sie abgemahnt werden. Und deswegen, wenn ich es auch selbst verkaufe, und das kommt jetzt wiederum dazu, dann muss ich selbst dafür sorgen, dass überall der Preis gleich ist. Denn ich pflege ja als Autor plötzlich meinen Preis bei Amazon und bei Apple und sonst wie ein. Da muss ich also auch dran denken, denn sonst habe ich schnell ein Problem. Ich darf auch leider nicht so schöne Sachen machen wie zahlt, was ihr wollt für mein Buch. Denn wenn die Leute zahlen, was sie wollen, zahlen sie unterschiedliche Preise. Also ist ein Verstoß gegen die Preisbindung. Vieles funktioniert leider nicht ganz. Was funktioniert, ist verschenken. Das geht, man kann seine Bücher verschenken und es kann natürlich eine Strategie sein, gerade wenn man mehrere Bücher veröffentlicht. Es gibt also eine ganze Reihe an Dingen, die ich beachten muss. Ich muss zum Beispiel auch, ich bin verpflichtet als Selbstverleger, Bücher an die Deutsche Nationalbibliothek abzuliefern. Wenn ich das auch nicht mache, droht mir ein Bußgeld. Wunderbare Sache ist aber die, dass die Deutsche Nationalbibliothek keine DRM-Titel annimmt und lesen kann und deswegen sagt, naja, dann behalten wir lieber. Da geht durch DRM ein Nebeneffekt, ein weiterer negativer Nebeneffekt, auch viel verloren an Archivierung bei der Deutschen Nationalbibliothek. Naja, dann kommen noch viele andere Punkte dazu. ISBN beispielsweise, brauche ich eine ISBN? Nein, ich bin nicht gesetzlich verpflichtet, ich muss sie nicht haben, nicht unbedingt haben. Macht sich aber manchmal ziemlich gut. Ja, und dann kommen wir zum Thema Inhalt. Ich komme vom Literaturcafé, also bin eher im Bereich Belletristik oder Lyrik unterwegs. Und das ist natürlich der Hauptpunkt. Man muss wissen, für wen man schreibt. In Deutschland sind die Autoren ja eher so, die schreiben irgendwo im Verborgenen, sagen irgendwann dem Verlag, so mein neues Buch ist fertig, so sie eben schon einen Verlagsvertrag haben. Der Verlag sagt, ja, dann lass mal sehen. Und dann läuft die Maschinerie an. Als Selbstverleger muss ich viel mehr schauen. Starte ich zum Beispiel, wenn ich einen Krimi schreibe, kann ich daraus schon eine Serie machen, um vielleicht die Leute da reinzuziehen in meine Krimiserie? Wo sind meine Nischen, die ich bediene? Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Inhalt, guter Inhalt ist immer der für die Zielgruppe passende. Dann muss ich mich als Coverdesigner plötzlich betätigen, was man sieht, wenn man bei Amazon, das klappt auch nicht immer, das sieht auch nicht so doll aus. Weil die Leute meinen, naja, es ist ein E-Book, da gibt es ja keine Cover, liegt ja nicht mehr in der Buchhandlung. Ist aber ja leider nicht so. Oder ja, ist nicht so, aber trotzdem im Suchergebnis von Amazon tauchen die Cover auf. Und so weiter und so fort. Das Allerwichtigste am Schluss ist jedoch, was ich finde, als Autor, als Selbstpublisher muss man, oder das ist die größte Gefahr und das, was man am meisten beachten muss, das eigene Ego. Die eigene Selbsteinschätzung und teilweise auch Selbstüberschätzung. Denn wenn man all die Dinge, die ich jetzt genannt habe, auch so irgendwo im Web sagt, dann melden sich sofort 40 Dienstleister und sagen, hey, wir machen das alles, brauchst du dich gar nicht darum zu kümmern. Sondern da gilt es dann genau hinzuschauen. Verpflichte ich mich, gebe ich da plötzlich Verträge ab. Von den 70 Prozent, die ich so bei Amazon bekomme in einem gewissen Preisspektrum, ja, bleiben mir plötzlich gar nicht mehr 70, weil dieser Dienstleister was abgreift. Wieder andere sagen, boah, Mensch, du sollst lieber gedruckt machen, das ist viel besser. Wir bieten dir hier gegen eine kleine Zuzahlung von 15.000 Euro was an. Und viele sind ziemlich naiv. Und ich habe teilweise mit diesen Leuten zu tun, die sich manchmal verschulden, weil sie glauben, ihnen könnte jetzt die große Karriere bevorstehen. Leider ist es dann häufig nicht so. Und das ist dann ziemlich dumm, wenn aus diesem Self-Publishing keine 6.700 Euro verdienst werden, sondern irgendwie 15.000 Euro Schulden. Und zu diesem Spannungsverhältnis, Verlag, und was macht so ein Verlag, leite ich jetzt über zum Sebastian. Das Timing wird besser. Wir nehmen Fahrt auf. Ja. Schönen guten Tag, mein Name ist Sebastian Post. Ich bin kein Self-Publisher. Das heißt, ich bin eben kein Autor, der seine eigenen Werke verlegt, sondern ich verlege die Werke anderer Autoren, bin Verleger, beschäftige mich aber hauptberuflich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema E-Book-Vertrieb. Die Frage, die schon angeklungen ist, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Selbstverleger und einem Verlag? Denn ist nicht der Self-Publisher per Definitionen eben ein Verlag, der eben nur einen Autor vertritt? Haben nicht beide eben gemeinsam, dass sie alle Arbeitsprozesse, Lernkurven und die Fehlschläge sozusagen durchlaufen müssen, die es sozusagen, die es mit sich bringt, ein E-Book professionell zu vertreiben? Wolfgang hat auf die unterschiedlichen Aspekte schon, ist darauf eingegangen, zum Beispiel auch noch das Thema Lektoratherstellung, auch nicht ganz trivial, die kaufmännischen Aspekte, juridische Aspekte besonders verwickelt, das möchte ich erwähnen, die Verträge, die man mit den E-Book-Plattformen und den Zwischenhändlern und Aggregatoren und Buchzwischenhändlern abschließen muss. Oder muss man das vielleicht gar nicht? Reicht es vielleicht auf der anderen Seite ein technisch versierter, gut vernetzter und ziemlich hervorragend organisierter Autor zu sein, um E-Books zu verkaufen? Reicht es eben, dieses E-Book zusammenzuschrauben, das HTML zu verpacken und es über die wichtigste Plattform für E-Books, dem Amazon Kindle Store, zu verkaufen, flankiert von den Social Media Aktivitäten, den Retweets und den Likes, die das Ganze sozusagen dann unterstützen sollen in der Community. Die Debatte über das Self-Publishing hat sich in den letzten Wochen ziemlich intensiviert. Sie haben das sicherlich mitbekommen, die Diskussion, die Klage des amerikanischen Justizministeriums gegen Apple und die fünf großen Verlage. Die Folge dieser Klage, das muss man so sehen, ist, dass Amazon noch größer werden wird. Die werden durchmarschieren mit einem Marktanteil von aktuell ca. 60% in dem amerikanischen Markt, Tendenz steigend. Und hier in Deutschland muss die Debatte, und das ist so ein bisschen die These, etwas anders geführt werden als in den USA. Und das liegt eben an den anderen Umständen der anderen Infrastruktur hierzulande. In den USA liegt der Marktanteil von E-Books bei ca. 19% im Jahr 2011. Dort gibt es im Wesentlichen nur fünf Shops. Das sind eben Amazon, das sind Barnes & Noble, die sich jetzt mit Microsoft assoziiert haben. Das sind Kobo, das sind Apple und Google in der Reihenfolge ihres Marktanteils vermutlich. Der deutsche Markt ist immer noch relativ klein. Er liegt bei 0,9% oder 1% ungefähr des Umsatzes der Verlagsbranche. Und man muss eben dazu sagen, dass zwar Amazon auch hierzulande relativ stark ist, aber der deutsche Markt Gott sei Dank relativ heterogen ist. Das heißt, es gibt neben Amazon ca. 15 Shops, in denen man als Verlag oder als Autor sozusagen E-Books verkaufen kann. Jetzt eine kleine Kalkulation. Würde man also von einem Marktanteil von 1% ausgehen und würde man hier von Amazon und Apple gemeinsam ca. 50% zuschreiben, dann zeigt sich einfach sehr stark, wie viel Potenzial man auslassen würde, wenn man seine E-Books nur in einem Shop oder einem oder zwei Shops anbietet. Und der zweite, viel wichtigere Punkt ist, den ich hier machen möchte, wie viel Potenzial würde ich als Autor auslassen, wenn ich mein Buch nicht in gedruckter Form und zwar über den klassischen Verlag vertreiben lasse. Eine Spekulation vielleicht dazu, legt man eben diese Zahlen 1% und 50% Marktanteil von Apple und Amazon zugrunde. Würde ein Autor, der zweieinhalbtausend E-Books verkauft über Amazon und Apple, im klassischen Buchhandel und über die klassischen Kanäle nicht etwa 500.000 gedruckte Bücher verkaufen? Tja, vermutlich nicht Fakt ist aber, dass eben über die gedruckten Bücher sich sehr viel mehr Bücher absetzen und Titel absetzen lassen als über die E-Books und in der Regel liegt der Preis für ein Buch jenseits der 10 Euro. Das bedeutet, dass eben Autoren trotz des sehr viel geringeren Autorenhonorars von vielleicht 10 bis 15% vom Verkaufspreis immer noch einen wesentlich höheren Erlös in der Kombination von E-Book und gedrucktem Buch erzielen würden. Es gibt also eine Reihe von sehr plausiblen Gründen, sich die Zusammenarbeit mit einem klassischen Verlag zu überlegen und das tun erstaunlicherweise auch genau die amerikanischen Autorinnen und Autoren, die so als Self-Publishing und E-Book-Millionäre bekannt geworden sind. Hocking ist da sicherlich das prominenteste Beispiel. Schaut man sich aber die Gründe und die sind dokumentiert auf den Webseiten an, dann liegt das nicht nur am Geld, sondern Verlage organisieren eben das Lektorat, den ganzen technischen Quatsch. Verlage zahlen häufig einen Vorschuss auf zukünftige Erlöse. Verlage kümmern sich um Lizenzen, um Übersetzungen, das heißt eben, dass Inhalte auch in andere Länder hineinvertrieben werden. Verlage machen Pressearbeit, Marketing auf ganz unterschiedlichen Ebenen, ob es nun Rezensionsexemplare sind, die an Journalisten verschickt werden oder die Inhalte auf Google Book Search eingestellt werden. In den USA haben Verlage, das ist ganz interessant, sogar Booking-Agenturen gegründet, die eben Lesereisen für Autoren, sogenanntes Meet and Greet oder Teach and Speech organisieren und Merchandisingartikel anbieten auf diesem Weg. Nicht zuletzt sorgen Verlage eben darüber, über ihre Vertreter und ihre Vertriebsabteilungen mit diesem Gewicht dafür, dass die Inhalte eben in den Buchhandlungen, in den Shops vertreten sind. Für den digitalen Bereich, das ist der letzte Punkt, gibt es Vorankündigungen, es gibt Newsletter, es gibt Neuerscheinungslisten und, das weiß man gar nicht, aber in persönlichen Gesprächen mit den Portalen, mit Apple, mit Amazon, mit den großen Playern, werden Verlage und Dienstleister entsprechend sich kümmern um die Platzierung, dass die Titel in den Empfehlungsseiten auftauchen, in Genreseiten etc. und dass sie entsprechend gefunden werden. Mein Fazit wäre eben, dass jeder Autor und jede Autorin mit dem für ihn geeigneten Partner sozusagen den Weg gehen soll, der für den besonderen Inhalt des Buches und die eigene Mentalität sozusagen angemessen ist. Und dieser Partner kann eben Amazon sein, dieser Partner kann insbesondere in kommerzieller Hinsicht aber auch ein klassischer Verlag sein. Danke. Dankeschön, Sebastian. Ja, an der Stelle übernehme ich und beginne eigentlich meinen Impulsvortrag mit einem großen Nein oder auch einem Nö oder einem Nee, denn das habe ich ganz oft von Verlagen gehört, nein, ihr Titel passt leider nicht an unser aktuelles Programm, das soll keine Wertung darstellen, wir wünschen immer weiterhin alles Gute. Das habe ich mir zu Herzen genommen, denn deren Nein war für mich ganz klar ein Ja. Das heißt, ich habe mir überlegt, was kann ich machen und habe mich ganz klar fürs E-Publishing entschieden. Mein Name ist Nicole Sowade und ja, ich lebe und wohne hier in Berlin, bin eigentlich im klassischen Marketing und CSR für einen großen Schreibwarenhersteller tätig. Also habe mit dem Verlagsgeschäft eigentlich nichts zu tun, habe allerdings Germanistik studiert und Hispanistik und ja, habe dann quasi tagsüber immer für meinen normalen Job gearbeitet und bin dann abends nach Hause gegangen und habe über Jahre daran gearbeitet, mir meinen Traum ein Stück weit zu erfüllen. Ich habe einen Roman geschrieben, der Miss Januar heißt und habe mir dann natürlich überlegt, wie kann ich ihn rausbringen. Ich hatte jetzt gerade schon gesagt, es hat alles mit einem großen Nein begonnen. Das heißt, im letzten Herbst habe ich mir dann überlegt, was kann ich machen und habe mich fürs E-Publishing entschieden. Von der Entscheidung, bis es dann wirklich zum fertigen Produkt gekommen ist, sollten dann noch etwa drei Monate vergehen. In diesen drei Monaten habe ich mich natürlich mit diesem Thema erstmal auseinandersetzen müssen, denn E-Books waren mir vorher auch nicht bekannt und ich hatte auch so die typischen Berührungsängste mit diesem Medium. Das heißt, ich musste mich um das Cover kümmern, ich musste mir die ISBN besorgen, ich musste plötzlich Klappentexte schreiben und ich musste natürlich ganz klar auch dieses E-Book erstellen. Sprich, mich auch mit diesen ganzen technischen Gegebenheiten auseinandersetzen. Nun bin ich zwar eigentlich im Marketing tätig, Online-Marketing auch und HTML im Groben ist mir durchaus ein Begriff, aber so eine E-Book-Erstellung ist dann doch noch etwas mehr. Und gerade auch, weil ich mich entschlossen hatte, das Ganze mit Amazon zu machen, sollte sich dann herausstellen, dass Amazon natürlich auch Richtlinien anpasst. Das heißt, als ich noch letzten Herbst dachte, super, das kriege ich hin, dann sollte ich dieses Frühjahr anders belehrt werden, als ich dann soweit war. Denn Amazon hatte die Richtlinien geändert, sie wurden etwas härter und auch das Tool zum Erstellen des E-Books wurde etwas komplizierter. Und so hatte ich mal wieder Zeit reingesteckt, musste mich doppelt an die Arbeit machen, dieses E-Book überhaupt erst zu erstellen. Ja, dann war es soweit, mein E-Book kam raus. Ich hatte marketingtechnisch gesprochen, so die Grundarbeit geleistet. Ich hatte mein Produkt, ich hatte auch meinen Place, wo ich es veröffentlichen wollte. Ich hatte mich als Preis in etwa auf 4,90 Euro eingeschworen. Ich fand für mich persönlich, das wäre ein guter Preis. Ich würde das auch selbst bezahlen für so ein Buch. Und ja, und dann fehlte halt nur noch die Promotion. Jetzt muss man dazu sagen, mein Buch ist ein Unterhaltungstitel. In meinem Buch geht es darum, dass die Heldin Elisabeth Schneider eines Morgens aufwacht, sich an einen ganzen Tag nicht erinnern kann, aber unglaublich glücklich ist. Also stellt sich fest, Mensch, ich muss ja jemanden kennengelernt haben und begibt sich eben auf die Suche nach diesem Jemand. Die Suche verläuft ziemlich holprig, aber am Ende natürlich geht alles gut aus. Sie lernt neue Freunde kennen und rettet sogar ganz nebenbei noch ein wenig die Welt. Und für mich hieß es nun, okay, wie kann ich das Ganze bewerben? Es ist klar, wir sind ja hier auch im Online-Bereich, die klassischen Medien wie Website, Facebook und Twitter mussten bedient werden. Schwieriger war dann für mich, das Buch als solches bekannter zu machen. Aus meiner germanistischen Studienzeit weiß ich noch, wie klassische PR-Arbeit auch im Verlag aussieht. Die funktioniert nur leider für ein reines E-Book nicht, denn das beruht immer auf dem Hardcover. Und die Buchbranche ist leider tatsächlich noch so weit, dass sie sagt, nee, E-Book allein, das bringt es nicht. Ich habe ganz oft auch von einigen großen Magazinen gehört, nein, unsere Leser sind noch keine E-Book-Leser. Das Medium ist dort noch nicht angekommen. Also muss man immer wieder nach neuen Wegen suchen, wo man denn so ein Buch platzieren kann. Für mich hieß es dann ganz stark, nach einfach anderen Online-Seiten, Medien, Plattformen zu suchen, wo mein Buch thematisch reinpasst. Das wären zum einen immer wieder Medien, die sich irgendwie vielleicht mit dem Thema Love Story liebe. Man denkt dann auch gleich so an Partnerbörsen. Also alles, was so in dieses Gebiet fällt, vielleicht beschäftigt. Ich könnte so ein bisschen in diese Nachhaltigkeitsschiene mich argumentieren. Ich kann natürlich im Rahmen von E-Books Werbung für E-Books machen. Das ist relativ einfach. Und das sind aber auch schon die klassischen Medien. Und dann hört das für mich auch relativ auf. Also war die Frage, was kann ich denn unkonventionell noch machen? Und hatte mich entschlossen, eine kleine Gratis-Aktion zu fahren, die über meine Website läuft. Ich bin persönlich großer Fan von Paper, Tweet oder Post. Sprich, wer über mein E-Book auf Facebook oder Twitter berichtet, der kriegt das Ganze gratis. Und zwar nicht als E-Book, sondern als PDF. Deswegen auch, weil ich mich nicht mit Amazon anlegen wollte, die ja ganz klar sagen, wenn sie irgendwo das Buch gratis finden, wird der Preis mal eben bei Amazon auch auf Null gesenkt. So sollte es dann doch nicht ablaufen. Ja, dann stehe ich ja als Miss Januar. Einige fragen sich bestimmt, warum. Das Outfit habe ich mir nicht extra für heute besorgt, sondern das Outfit entstand im Rahmen der Leipziger Buchmesse. Erstmals bin ich auf dieser Buchmesse gewesen und wollte eben über mein Buch sprechen. Und dachte, wie kann ich denn am besten Miss Januar verkörpern und für Aufmerksamkeit sorgen. Und habe mir dann eben das Krönchen aufgesetzt, das Scherbchen umgehangen. Und bin über die Messe gelaufen, habe dort auch Wolfgang zum Beispiel kennengelernt. Ja, und so kam dann eben jetzt zum Beispiel auch heute dieser Vortrag zustande. Das heißt, man muss immer wieder sehr kreativ auch sein, sich neue Wege ausdenken. Ich weiß für mich als E-Book-Autor, der eigentlich auch im E-Publishing-Bereich bleiben möchte, ich könnte mir sehr gut vorstellen, die klassische Lesung, die im Buchbereich einen hohen Stellenwert hat, natürlich digital abzubilden, sprich auf YouTube drei- bis fünfminütige Lesungen zu machen, vielleicht nicht neben dem klassischen Wasserglas, sondern etwas unterhaltsamer. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, Kurzromane noch auf Amazon zu veröffentlichen und über kurze Titel wiederum Aufmerksamkeit für mich als Autor und für mein großes Werk hinzubekommen. Das heißt, man muss immer wieder als Autor umdenken, was ist denn noch möglich. Und das alles klingt nach viel Arbeit, das ist es leider auch. Und das ist auch die Krux an der ganzen Geschichte. Denn unterm Strich muss ich ganz klar sagen, es kostet Zeit. Und ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe einen richtigen Job. Das ist auch so ein regulär bezahlt plus Überstundenjob. Das heißt, man muss sich diese Zeit auch suchen. Und am Ende zählt dann tatsächlich, wie sehr man das wirklich möchte, wie sehr man hinter dem eigenen Buch steht und ob man eben Spaß an der Sache hat. Und ich habe anfangs mit einem Nein begonnen. Jetzt kann ich quasi am Ende sagen, ja, für mich ist es ein ganz klares Voting für E-Books, weil es einfach Spaß macht, für die eigene Sache Werbung zu machen, sich eigene Ideen auszudenken und dabei niemanden fragen zu müssen, ob das nun gut ist oder nicht. Wenn man es selbst gut findet, dann kriegt man es vielleicht auch verkauft. Danke. Dankeschön, Nicole. Wir sind gleich fertig, ne? Ich bin Ulrike Langer, ich bin freie Journalistin, beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Thema Medieninnovation, Journalismusinnovation, habe das viele Jahre aus Köln gemacht und wie der ein oder andere weiß, bin ich im letzten Sommer nach Seattle gezogen. Und wenn ich ein bisschen verpeilt aussehe, ich bin noch im Jetlag. Ich bin gestern erst angereist. Ja, also meine E-Book-Erfahrung ist vor allem eine praktische Erfahrung und zwar habe ich im Sommer 2010 mit großer Begeisterung einen Blogbeitrag gelesen von meinem Kollegen Christian Jakubetz, der sagte, man müsste eigentlich ein Buch machen. Ein ganz klassisches Buch, was aber alle die abholen soll, die auf dem Weg sind zu neuen Ufern im Journalismus. Also ein Buch über den neuen Journalismus, der aber inhaltlich sich nicht mit dem beschäftigt, was das Medium ausdrückt, sondern nur das Medium als Brücke. Damit war ganz klar, wir machen kein E-Book, sondern wir machen ein gedrucktes Buch. Nur dann wurde es sehr unkonventionell. Also das Buch mit zwischen zwei Buchdeckeln, Papier ist das einzig konventionelle daran gewesen. Wir waren uns nämlich sehr schnell klar, wir müssen ganz viele Leute ins Boot holen. Wie machen wir das? Wir werden die nicht bezahlen können. Es stellte sich aber raus, das war überhaupt kein Problem, denn ebenso wie ich völlig begeistert auf diesem Blogbeitrag ansprang, ging es ganz vielen anderen auch und nach ungefähr sechs Wochen hatten wir die meisten Autoren mit im Boot, die sich von sich aus meldeten und sagten, tolle Idee, ich möchte gerne einen Beitrag schreiben, zum Beispiel zum Thema Mobile Reporting oder einen Beitrag dazu, wie mache ich eigentlich, wie mache ich Online-Blatt, also um das als Metapher mal zu nehmen. Einige wenige Leute haben wir dann noch zusätzlich mit hineingeholt. Wir bedachten, die fehlen, zum Beispiel Lorenz Matzert, der hier, glaube ich, auch einen Vortrag halten wird zum Thema Datenjournalismus, Stefan Plöchinger von der Süddeutschen Zeitung und das Vorwort hat uns auch als Bindeglied sozusagen zu Oldschool, hat uns dann Heribert Prantl geschrieben. Damit war die Mannschaft mehr oder weniger komplett. Das dauerte dann über ein ganzes Jahr, bis dieses Buch tatsächlich erschienen ist. Mit so vielen Leuten im Boot, denen man auch nichts zahlen kann, die konnte man natürlich nur in Maßen antreiben. Was hatten wir denn als Druckmittel gehabt? Es kriegte ja niemand einen Vorschuss, es bekam auch niemand eine Versprechung. Wenn aber ganz viel Geld reinkommt, werden wir euch auf jeden Fall auszahlen. Das haben wir lieber gar nicht erst gesagt. Und dann, weiterer Glücksfall, meldete sich ein kleiner, eine Veröffentlichungsplattform, die gerade im Aufbau war, Euryclea. Ich bin mir nicht sicher, welche Zukunft Euryclea hat, weil es sieht so aus, als ob wir momentan das einzige Buch sind mit Universalkode, was jemals bei Euryclea erschienen ist. Aber wenn das so ist, dann haben wir jedenfalls Glück gehabt, dann ist das Referenzprojekt halt das Projekt. Die sind uns mit den Konditionen sehr, sehr weit entgegengekommen. Und vor allem mit das Beste, was sie gemacht haben, sie haben uns ein Widget zur Verfügung gestellt, was wir alle auf unsere Blogs und unsere Webplattformen eingebunden haben. Haben das bekannt gemacht, dass doch bitte, wer sich für das Buch interessiert, auch dieses Widget bekannt machen soll, was dann gleichzeitig auch ein Verkaufswidget war. Das hatte nämlich den schönen Effekt, wir haben natürlich das Buch auch bei Amazon angeboten. Das muss man machen heutzutage, weil es gibt tatsächlich Leute, die glauben, wenn ein Buch bei Amazon nicht zu finden ist, dann existiert es ja wohl nicht. Die meisten Leute haben das aber sehr wohl verstanden, dass wir, die uns selber nicht zahlen konnten, sondern im Gegenteil sehr, sehr viel Zeit und Engagement da reingesteckt haben, nicht auch noch einen hohen Prozentsatz an einen Zwischenhändler verlieren wollten. Und über das Widget blieb halt sehr, sehr viel mehr Geld für das Projekt hängen. Das Schreiben, würde ich mal sagen, war 25 Prozent der Arbeit. Und den Löwenanteil der restlichen Arbeit, also der Verdienstgebühr wirklich Christian Jakubetz, der hat unermüdlich für dieses Buch getrommelt, in letztlich, glaube ich, 70 oder 80 Blogbeiträgen, jeden Autor mit Handschlag sozusagen einzeln begrüßt. Und wir haben auch immer wieder in die Runde gefragt, was erwartet ihr von diesem Buch, welches Thema fehlt vielleicht noch, wir haben ihn letztlich dann über die Cover-Illu abstimmen lassen. Also die gesamte Buchentstehung ist eigentlich schon öffentlich geworden. Und nur so ist es wahrscheinlich auch zu erklären, dass wir für ein Buch mit Autoren, die alle größtenteils noch nie in ihrem Leben ein Buch veröffentlicht hatten, wir die recht hohe verbindliche Subskriptionszahl von ungefähr 900 Vorbestellern hatten. Also die sich verpflichtet hatten, wenn das Buch erscheint, zahlen sie 24,90 Euro und bekommen dann dieses Buch zugeschickt. Also wirklich gehen zwar kein finanzielles Risiko ein, denn wenn es nicht geklappt hätte, wäre natürlich nichts bei ihnen abgebucht worden. Aber 24,90 Euro als verpflichtendes Versprechen, das ist ja schon was. Und die meisten unserer Besteller, die wussten wir vorher, insofern haben wir auch für eine bestimmte schon feststehende Zielgruppe geschrieben. Nachher, als das Buch dann veröffentlicht war, sind gar nicht mehr so viele neue noch dazugekommen. Ja, was habe ich jetzt als Journalistin praktisch davon gehabt? Finanziell erstmal gar nichts. Würde ich es nochmal machen? Hat es mir was gebracht? Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein eindeutiges Beispiel für das Freemium-Konzept von Chris Anderson, was ich wirklich großartig finde, dass es sich lohnt, manchmal Dinge zu verschenken, wenn man hinter dem Projekt steht. Also für mich sind die Kriterien immer, es muss unglaublich viel Spaß machen, es muss mich selbst mit interessanten Leuten zusammenführen oder ich muss selbst was davon lernen. Wenn diese Faktoren erfüllt sind, dann arbeite ich auch gerne für lau. Und das war alles in diesem Fall erfüllt und auf jeden Fall hat es mir mittelbar mehr Bekanntheit gebracht, mehr Aufträge gebracht und ich bin vor allem assoziiert worden mit einer Gruppe von Leuten, mit denen ich gerne assoziiert werden will. Also das ist natürlich auch ein Kalkül, was man machen kann, bewusst oder unbewusst. Was bringt mir das noch außer monetären Dingen? Ein weiterer Nebeneffekt ist allerdings, ich trage mich seit drei Monaten mit einem weiteren eigenen Self-Publishing-Projekt herum und merke auch durch die Erfahrung mit Universal Code, wie viel Arbeit es letztlich war, wie lange es gedauert hat, wie viel Perfektionismus im Detail am Ende noch dazukommen muss. Jeder bezahlte Auftrag geht momentan immer vor, vor diesem zweiten ungewissen Projekt, wo die Früchte vielleicht irgendwann mal zu ernten sind. Dankeschön, Ulrike. So, jetzt haben wir schon aus verschiedensten Perspektiven was zu dem Thema gehört. Wir werden auch gleich die Fragerunde aufmachen, finde ich, weil ich denke, dass ihr und sie wahrscheinlich die viel konkreteren Fragen habt an die einzelnen Menschen, die jetzt hier sitzen. Ich fange trotzdem mit einer Frage an, aber ihr könnt euch schon mal Anlauf nehmen, zum Mikro gehen oder so. Wo haben wir das Mikro dann irgendwo in der Mitte des Ganges? Also das klingt alles jetzt noch sehr nach teurem Hobby, wo vielleicht ein bisschen was hängen bleibt, wenn man es selber macht. Ich finde, einen wichtigen Aspekt haben wir noch nicht erwähnt. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe, finde ich, relativ viel Interviews geben dürfen in den letzten Wochen zu meinem eigenen E-Book und habe das alles gerne gemacht, weil das natürlich auch hilft und zwar spürbar. Das ist eine wahnsinnig neue Erkenntnis, dass Marketing tatsächlich funktioniert. Also jedes Mal, wenn man irgendwo dieses Buch erwähnt, dann kann man wirklich so bei Amazon, wir haben zwei Stück verkauft, yes! Und die Erfahrung habt ihr sicher auch gemacht. Nur bei mir war das Problem, die haben mich alle gefragt, ja, ich habe auf deinem Blog gelesen, du hast so ein E-Book gemacht, das finde ich total spannend und erzähl mal, wie das geht und so. Ich habe nicht ein einziges Interview gegeben zum Inhalt dieses E-Books. Das heißt, ich muss jetzt das Interesse am E-Book per se noch ausnutzen, um das Buch zu verkaufen. Ich glaube, es hat auch niemand gelesen, der mich dazu interviewt hat. Das tolle Feedback kriegt man über Twitter und Facebook und so, wenn Leute sagen, ja, gerade das Buch zu Ende gelesen und habe mich königlich amüsiert oder so. Das ist dann toll. Aber die Journalisten haben alle nur zum Format gefragt und ob das jetzt, glauben Sie denn, Herr Häusler, jetzt gibt es das gedruckte Buch nicht mehr? Ich habe festgestellt, wenn Marketing so sehr die Bücher verkauft, also speziell natürlich immer nach wie vor noch das Fernsehen, das Internet hat meiner Meinung nach, es sind wirklich Ausnahmen, wenn das Internet vorm Fernsehen liegt, was Verkaufszahlen angeht. Also ich glaube, eine Fernsehsendung als Gast auftritt und dann hat man mehr verkauft als übers Netz, glaube ich. Ist der wahre Unterschied im Marketing nicht, also zu einem klassischen Verlag und zum Selbstpublizieren, dass die klassischen Verlage einfach auf Du und Du sind mit den klassischen Medien? Also ich habe immer den Eindruck, wenn man bei einem großen Verlag ist, dann sagt er, ja, ist der Rüdiger, ey, na, ich habe hier wieder einen super Autor an für dich, kannst du den bei Tommy unterbringen? Irgendwie läuft das nicht auf der Ebene, und zwar auf einer Ebene, wo wir als Selbstpublizisten überhaupt keine Chance haben, reinzukommen? Wer kennt sich damit aus von euch? Ich führe auch Interviews mit etablierten Autoren und da ist es in der Tat so, das sage ich dann auch immer wieder. Natürlich, wenn man dann die großen Namen anfragt, was weiß ich, eine gute PR-Abteilung des Verlages wird dann immer versuchen, oh, da hätten wir noch einen ganz neuen Autor, der hatte seinen Erstling veröffentlicht, den auch noch mitzuschieben, dass man so ein schlechtes Gewissen bekommt, sagt, ja gut, dann gerne den auch noch, klingt spannend. Also das ist schon ein Effekt, den man bei den Verlagen natürlich hat, so sehr diese Autoren aus der zweiten Reihe dann immer schimpfen über ihre Verlage, die tun nichts für mich, muss alles selber machen. Wenn man eine gute Abteilung hat, dann wird man da schon ein bisschen mitgerissen. Wenn es natürlich nicht klappt, dann wird es das überhaupt zu sprechen. Und ich meine das auch gar nicht so negativ, das klingt jetzt so, ist doch auch klar, die arbeiten seit Jahrzehnten in diesem Geschäft und natürlich lernt man irgendwann die entsprechenden Völkern und Journalisten und Journalistinnen kennen und hat da ein anderes Verhältnis. Aber diese Stufe ist doch unheimlich schwer zu durchbrechen für jemanden, der es alleine macht. Und dazu kommt noch, dass ich es gar nicht so toll finde, wenn der Autor oder die Autorin selber bei der FAZ anruft und sagt, ey, ich habe da ein tolles Buch geschrieben. Ist auch für den jeweiligen Autor nicht so toll. Für die ist es immer besser, wenn es jemand anders macht. Also ich glaube, man muss unterscheiden, um was für eine Art Buch es sich handelt und vor allem, wer die Zielgruppe ist. Also wenn die sehr breit ist, so wie bei deinem Buch, eigentlich grundsätzlich jeder, der gerne Kurzgeschichten liest oder Essays liest, belletristisch, dann ist das schon mal was anderes wie bei unserem ganz thematisch eng umrissenen Buch. Also von denen, sagen wir mal, es hätten vielleicht 3.000 verkaufen können mit richtig professioneller Marketinganstrengung. Aber mit unseren Bordmitteln, und das war vor allem Social Media, persönliche Gespräche, Blogs, haben wir eigentlich unsere Zielgruppe schon ganz gut abgedeckt. Also ich wüsste zum Beispiel nicht, was das Fernsehen für uns da hätte tun sollen. Ich bin davon überzeugt, dass da noch mal eine Null hinten dran sein könnte, wenn das Fernsehen ins Spiel kommt. Aber das ist jetzt gefährliches Viertelwissen. Warte mal, lass uns kurz, da stehen schon zwei Menschen? Nee. Ich habe eine Frage vorhin, wurde das mit dem Finanzamt kurz erwähnt, ob das dann plötzlich ein Unterschied ist, wenn man diese Bücher selber verkauft und dann nicht mehr ausschließlich Künstler ist. Muss man dafür ein Gewerbe anmelden oder kann man das tatsächlich weiterhin nur als Künstler verkaufen? Das wurde vorher nicht beantwortet und würde mich interessieren. Oder ist das individuell per Tricks zu handhaben? Das Problem ist, dass da in der Tat vieles in der Schwebe ist. Ich würde es mal ein bisschen vorher klären. Es gibt, ich bin, sagt, weder Jurist noch Wirtschaftsfachmann, es gibt ein Urteil zumindest, was ein bisschen ähnlich gelagert ist, als ein Journalist, der seine Texte auf seiner eigenen Website veröffentlicht und da Banner, und das über einen Bannerverkauf macht, der hat geklagt, weil die Künstlersozialkasse gesagt hat, nee, er ist ja Gewerbetreibender, er verkauft ja Banner, der hat geklagt und der hat Recht bekommen, nein, seine Haupttätigkeit ist die journalistische. Also ich würde mich da schon immer natürlich auf die Position stellen, im Hauptberuf bin ich Künstler, bin ich Schriftsteller. Aber da ist so vieles in der Schwebe und so vieles neu. Meine Erfahrung ist, wirklich auch mal beim Finanzamt den anrufen und das klarzumachen und dass der Steuerberater auch entsprechend gebrieft ist, wenn er da einen Anruf bekommt, dass er dann auch das argumentativ erläutern kann. Und ich könnte es noch ganz aus eigener Erfahrung ergänzen. Ich habe nun mal meinen Hauptberuf ganz normal angestellt und bin natürlich ans Finanzamt gegangen und habe gesagt, ich bringe jetzt offiziell Bücher heraus. Wie funktioniert das denn? Dann führt man eben diesen Bogen aus, wo überhaupt festgestellt wird, ob man dann wirklich selbstständig tätig ist. Das sind ziemlich viele Seiten, typisch Finanzamt. Und am Ende kam aber raus, ich bin es in dem Sinne gar nicht. Ich habe zwar eine neue Steuernummer bekommen, weil Sie jetzt eben wissen, Achtung, da kommen noch andere Einnahmen. Wahrscheinlich wird das dann intern anders verbucht. Aber für mich selbst steuerlich hat sich jetzt erst mal nichts geändert. Das wird sich vielleicht in einem Jahr zeigen, wenn dann die Steuererklärung fällig ist. Aber bis dato gehe ich davon aus, dass alles normal ist. Ich eigentlich weiter angestellt bin und alles, was ich im Moment verdiene, ganz normal einfach als Nebenverdienst eins zu eins angerechnet wird. Und dann werde ich noch eine kleine Gewinn- und Verlustrechnung ranmachen, die im Moment eher im Minus hängt. Das heißt, das Finanzamt wird mir garantiert keine weiteren Forderungen stellen. Das würde mich zumindest sehr wundern. Ich kann noch was ergänzen zur Künstler-Sozialkasse. Also der Autor, ich glaube, das hat noch nicht zu einem Grundsatzurteil geführt. Das ist momentan eine Einzelfallentscheidung. Insofern ist man ganz gut beraten, sich darauf nicht zu verlassen, dass jetzt jedes Gericht so entscheiden würde. Es gibt aber diese andere Regel, der KSK, man darf nicht mehr als 4.800 Euro im Jahr mit Einnahmen, die nicht mit 7% Umsatzsteuer belegt sind, sondern mit 19%, muss man sehen, dass man unter dieser Schwelle bleibt. Das heißt, wenn man da Gefahr läuft zum Multimillionär werden, lieber mal was verschenken. Womit ihr euch jetzt schon beschäftigt, lasst doch erst mal ein paar Bücher verkaufen, bevor man zum Finanzamt rennt. Das ist der Punkt. Ja, wie mache ich das mit der Anmeldung? Ich habe zum ersten Mal den Satz gehört, ich bin natürlich zum Finanzamt gegangen. Aber das fragen die Leute immer als erstes. Und in der Tat ist es so, dass die Leute dann sagen, oh, jetzt geht es los. Ja, dann verkaufen sie 5 Bücher und dann haben sie es großartig erklärt, womöglich ein Gewerbe angemeldet und dann sagt das Finanzamt Liebhaberei gestrichen. Das ist die Praxis. Erst mal schreiben, dann den Kram rausbringen, dann alle auf Twitter nerven, dass es auch ein paar Leute kaufen. Und wenn das dann einige gekauft haben, dann kann man immer noch beim Finanzamt anrufen, finde ich. Also ist mein Tipp. Wie viele, gibt es noch Fragen? Erst mal, erst mal nicht. Doch. Also aufstehen oder so, weil du kriegst ein Mikro, damit die anderen dich auch hören. Super. Ich finde es gerade ein bisschen schade, dass die Diskussion eigentlich gerade nur geführt wird, entweder Self-Publishing oder Verlage. Mich würde mal interessieren, ob es da nicht auch Beispiele dafür gibt, dass jemand als Self-Publisher angefangen hat und dann aber auch beim konventionellen Verlag gelandet ist, weil das Self-Publishing ja da schon gewisse Vorteile bringt, weil man ja im Prinzip seine ganze Crowd dann zum Verlag mitschleppt. Ja, da gibt es... Hast du, Entschuldige, erzählt. Also da gibt es einen Haufen Beispiele und ich finde auch wichtig bei dem Begriff Self-Publishing, also ich denke da nicht nur an fertige, abgeschlossene Bücher. Hoppla, ich habe ein Buch und jetzt muss ich mir das überlegen, sondern die Übergänge sind ja fließend. Und gerade wenn es darum geht, sich erstmal eine Zielgruppe aufzubauen, einen Fan-Kreis aufzubauen, dann fängt das ja in der Regel oder bei vielen eben auch damit an, dass sie einfach ins Web hineinschreiben, Blog führen. Und ein sehr schönes, wie ich noch immer finde, Beispiel ist eben Annette Schwind. Die hat das Facebook-Buch herausgegeben bei O'Wiley und das ist da auch ein Bestseller geworden. Und die hat eben angefangen, einen Blog zu führen, wo sie erklärt hat, wie gehe ich mit Facebook um, welchen Knopf muss ich wann drücken, etc. pp. und hat sich da wirklich eine sehr lebendige Zielgruppe aufgebaut, in dem sie ständig auch Fragen beantwortet hat. Und dann hat sie die Reichweite gehabt und dann kam natürlich auch die Verlage. Die Verlage sind ja auch nicht doof, die gucken auch ständig im Web herum, aber nicht nur dort, aber auch dort, wer ist dann für ein bestimmtes Thema geeignet. Wer hat da schon so eine Art Community sich aufgebaut, weil das einfach den Erfolg wahrscheinlicher macht. Und das ist auch nicht komplett neu. Die gleiche Logik gab es früher auch schon, in dem ein großer Verlag gesagt hat, ich werbe jetzt mal von einem kleinen Verlag den erfolgreichen Erstlingsautor ab. Das war ja auch eine Art von Crowdsourcing. Also insofern, da gibt es doch schon viele Beispiele. Nicole, hat man dich, hast du schon Angebote gekriegt von klassischen Verlagen? Nein. Ich rechne auch jetzt in nächster Zeit nicht damit und habe mir natürlich auch selbst die Frage gestellt, ob ich dann wechseln würde und sehe es aber im Augenblick eher als Ergänzung. Also ich bin von E-Books überzeugt, ich selbst liebe meinen Kindle, ohne jetzt hier zu viel Werbung machen zu wollen und werde auf jeden Fall auch das nächste Buch, denn mein Buch ist als Fortsetzung geplant, auch wieder als E-Book veröffentlichen. Also vielleicht zu der Frage noch, das bekannteste Beispiel ist eben Amanda Hawking, die das übrigens in ihrem Blog sehr ausführlich diskutiert. Das lohnt sich, das mal nachzulesen, wie sie das sozusagen beschreibt und verargumentiert. Jetzt zuletzt eben E.L. James, die eben mit dieser Romance-Trilogie Fifty Shades of Grey eben so einen Erfolg gehabt hatte im Digitalen, dass die Verlage sich sozusagen sehr stark dann darauf gestürzt haben. Die sind bei Holzbrink oder Macmillan jetzt gelandet. Also es gibt sozusagen immer diese Leuchttürme, aber auch sozusagen auf niedrigem Niveau gibt es eben sozusagen Beispiele dafür, weil die Kombination eben sehr sinnvoll ist. Also ein Verlag wird immer sehr stark darum bitten, auch den Autor, kümmere dich so ein bisschen um deine Fans, um deine Follower, um deine Freunde und eben wenn so jemand dann twittert oder die Community anwirft, ist das immer eine unterstützende, flankierende Maßnahme zu dem Marketing, was im Digitalen eben auch ganz anders sozusagen dann auch begleitet wird, eben über die klassischen Kanäle. Das Interessante vielleicht noch zum Digitalen ist, der Witz ist sozusagen dieses Green, der Shop ist eben sozusagen oftmals durch die Empfehlungen sozusagen gesteuert. Das heißt eben die Kommunikation mit den Shops, hier sozusagen einen Banner zu schalten bei iTunes oder bei Amazon, das ist eben nicht WKZ-gesteuert, sozusagen wie im Physischen, sondern das passiert tatsächlich über diese begleitenden Umstände. Das ist alles bestenfalls eine Kampagne, die sozusagen 360 Grad diese Social Media Community, die man sich selbst aufgebaut hat, verbindet mit dem, was sozusagen der Verlag dann an klassischen Wegen dann noch begleiten kann. Deswegen ist die Kombination, auch vielleicht das eine oder das andere Mal zu testen, sicherlich sehr hilfreich und lehrreich war. Hier vorne ist noch eine Frage. Johnny, du hast ja jetzt mal in beide Bereiche so ein Bein gestellt und beides mal ausprobiert. Gab es beim Netzgemüse die Überlegung, das selbst rauszubringen? Was waren da so die Intentionen, zu einem Verlag zu gehen? Und ist das Self-Publishing eigentlich nur in einer, naja, in einer bestimmten Nische, vielleicht auch sehr in diesem Tech-Bereich möglich? Du meinst, dass wir mit dem neuen Buch zu einem klassischen Verlag gehen? Genau. Ja, das ist ganz klar deswegen, weil ich fand es sehr spannend zu sehen, wer die Zielgruppe von E-Books sind. Ich habe gedacht, das wären halt Leute, die mit den neuesten Gadgets rumlaufen und die viel online sind und so. Und das ist gar nicht so, sondern die ist relativ alt. Ich glaube, du hattest mir das mal erklärt, Sebastian, dass die Zielgruppe, also so in meinem Alter hier ist. Weiblich. Aber weiblich. Und eher so, war das nicht von dir? Vampire gehen immer? Ja. Ja? Also auch eher so auf diesem Vampir- und Liebesroman ist und so. Das Buch, was Tanja und ich jetzt gerade schreiben, ist ein Buch für Eltern, was ihnen Internetkultur nahe bringen soll. Und ich glaube, wenn wir das als E-Book rausbringen, ist das nicht so richtig gedacht. Und außerdem ist völlig klar, von einem klassischen Verlag kriegst du einen Vorschuss, um die Wochen und Monate und viele Monate Zeit zu bekommen, dieses Buch zu schreiben und halt dann irgendwie auch mal den einen oder anderen Job sein zu lassen. Das ist ganz klar eine finanzielle Entscheidung. Es wohnt mich, dass die Mechanismen halt immer noch die ganz alten sind. Und ich kenne das Spiel ja auch aus der Musikindustrie. Die Anteile sind lächerlich gering als für einen Autor im klassischen Bereich. Und das ist natürlich schon wof, wenn man sieht, kann ich doch eigentlich auch alleine. Aber ja, das geht dabei letztendlich um Geld. Man muss sagen, dass sich das mit den Royalties, also mit den Honoraren, im Digitalen vermutlich noch sehr stark nach oben entwickeln wird. Also ich glaube, dass die Autoren derzeit eine Position haben, wie nie zuvor. Also Inhalte, Leute, die schreiben können, Leute, die irgendwie sich ausdrücken können, eine Audience vielleicht auch noch nebenbei kreieren. Denn da sind die Verlage sicherlich auch verhandlungsbereit. Und die Diskussionen gehen sozusagen mit den klassischen Verlagen auch in die Richtung, weil das Self-Publishing sozusagen die Folie ist, vor dem sich der klassische Verlag irgendwie erklären muss. Er muss sich rechtfertigen. Warum? Genau. Also da passiert, glaube ich, es passiert in der Musik einiges, es passiert bei den Büchern viel. Ich habe gerade gesagt, es geht in erster Linie um Geld. Es geht natürlich auch darum, um die Marktmacht, die so ein klassischer Verlag hat. Das ist ja in der Hoffnung, dass man so ein Buch dann irgendwie tatsächlich am Bahnhofskiosk sieht, wo das Thema, finde ich, nicht hingehört. Es gibt aber auch schon wieder Pläne für ein neues E-Book. Und wir haben noch Fragen. Raphael. Ja, keine Frage, aber vielleicht noch eine Anmerkung, was man vielleicht auch nicht unterschätzen sollte, ist, wenn man dann mal irgendwo einen Vertrag hat und dabei ist, dann hat man halt eine gewisse Laufzeit. Und wenn die dann mal durch ist, dann war es das. Wenn man das aber selbst in der Hand hat, dann kann man auch, wenn man sich eben selber eine Community aufgebaut hat, ich meine, es wachsen ja auch neue Leute heran. Und wenn man eben was Zeitloses geschrieben hat, dann hat man es halt auch selber in die Hand und kann es eben nochmal neu auflegen. Und wer weiß, wie es in zehn Jahren aussieht, dann gibt es da vielleicht noch ein bisschen Multimedia dazu oder irgendwelche anderen Dinge. Und dann habe ich es aber in der Hand und kann sagen, hey, wow, ich habe die IP, ich bringe das gerade nochmal neu raus, das trifft jetzt den Markt. Und dann wieder jemand anders zu finden im Verlag und zu sagen, ach nee, das lief ja damals nicht so. Ich sage mal, also das macht die ganze Sache, glaube ich, auch ein bisschen charmant, zu sagen, ich baue mir selber was auf und muss das auch ein bisschen on the long run sehen und nicht einfach sagen, hey, wir müssen das jetzt in einem Jahr durchverkaufen und dann war es das. Weil wenn ich dann in zehn Jahren vielleicht fünf Titel davon habe, naja, dann macht das eben auch schon wieder Sinn. Gibt es von euch, gibt es noch Fragen von euch? Ich sehe immer so bescheuert aus, wie so, hey, habt ihr noch Fragen? Da ganz hinten, hat es sich sehr gelohnt. Also meine Hand an der Stirn. Also vielleicht eher auch nochmal so eine Tatsache, du hast ja auch, glaube ich, ich erzähle jetzt nichts aus dem Nähkästchen, du hast ja, glaube ich, auch mal ein Podcastingbuch schreiben wollen bei O'Reilly und dann hast du genau das eben mit, also ich meine dich, Johnny, und du hast ja dann, glaube ich, gesagt, oh nee, das ist mir viel zu wenig, was die mir geben. Also ich habe bei O'Reilly drei Bücher rausgebracht und das Schöne ist eben, ich habe da ein Lektorat und das ist eben super wichtig und das, denke ich, wird so ein bisschen vergessen, jetzt, das wäre jetzt Miss Januar, hast du ein Lektorat? Das wäre eben die Frage, also sozusagen so eine Kontrollinstanz, die sagt, hm, das Kapitel ist ein bisschen langatmig, ich denke, das wird oft so bei diesem Self-Publishing vergessen, weil die Ulrike ist ja auch zum Beispiel auch mit ihrem Buch, sie ist Fachfrau, weil sie ist Journalistin, die wissen ja schon, wie man eigentlich schreiben sollte und das, denke ich, wird gerade auch so ein bisschen in der Debatte irgendwie so ein bisschen verschwiegen, dass der Verlag eigentlich sehr viele gute Funktionen hat, die einen unterstützen. Also vielleicht zu der Lektoratsfrage nochmal bei mir konkret, geht, nein, es gab natürlich kein Lektorat, ich hatte aber eingangs ja erwähnt, dass ich Germanistik studiert habe, das ist kein Garant dafür, dass ich die Rechtschreibung und Grammatik 1a beherrsche und nie Fehler mache, das ist auch kein Garant dafür, dass ich super Texte schreibe, aber ich habe im Prinzip das, was ich für gut finde, als Maßstab genommen, habe natürlich am Ende auch, und das hat unterm Strich etwa auch ein Jahr gedauert, das Buch auch immer wieder Freunden gegeben, Freunden, die auch aus verschiedensten Bereichen kommen, einige sind eher umweltinteressiert, manche sind sehr hip in Berlin unterwegs, andere wiederum sind eher wirklich klassische Liebesromanleser, sodass ich dann wirklich von verschiedensten Bereichen einfach Feedback hatte, wie das funktionieren kann. Muss aber auch dazu sagen, dass ich gemerkt habe, dass bei meinem Buch es so ist, dass es generell eher in Ost- und Norddeutschland besser ankommt als in Süddeutschland. Das mag am Schreibstil liegen, das mag daran liegen, dass das Buch in Berlin spielt und vielleicht München nicht gerne über Berlin liest, aber generell, nein, ich habe kein Lektorat und muss mich darauf verlassen, dass es so, wie ich es rausgebracht habe, gut ist, sag mir aber auch selbst immer wieder, dass ich genug Bücher gelesen habe, die in Verlagen erschienen sind, die einfach verdammt langweilig waren, verdammt schlecht, wo ich mich immer wieder gefragt habe, wie konnte denn sowas bitte schön rauskommen, warum hat hier keiner gestrichen und im Zweifel muss ich eben damit leben, dass ich auch so eine Länge in meinem eigenen Buch drin habe, das ist dann so. Da vielleicht auch noch zur Ergänzung, natürlich bei den Romanschreibern ist immer das Problem, in der Tat, die geben es Freunden und der Oma und die Mutter und die sagen, oh Mensch, dass du sowas schreibst, das solltest du mal veröffentlichen und das ist nicht das, was die Leute lesen wollen, die sagen, ja, aber sogar der, der liest sonst nie, der hat das gelesen, Wahnsinn, ja, gibt es einem Leser, der nur und nichts anderes liest als Liebesromane und der muss es dann sagen und der sagt, das ist gut, dann ist es so, also das ist immer so trügerisch und noch was anderes zum Thema Lektorat muss man natürlich sagen, ich kenne Fachverlage, da sitzen Lektoren, die sich so nennen, aber die machen nichts weiter als eine Rechtschreibprüfung, weil sie von dem Thema keine Ahnung haben, sondern nur der Autor, dann wird es natürlich problematisch, bei O'Reilly wird es sicherlich anders sein, aber dann wird es natürlich da problematisch, aber ein gutes Lektorat ist eben nicht nur Kommas suchen und Rechtschreibfehler. Ich bin aber über den Einwand sehr dankbar, weil, und ich bin auch froh darüber, dass wir hier nicht so einen Grabenkampf hatten von wegen entweder die Verlage, wie wir sie bisher kennen oder aber alles selber machen, ich glaube, dass das Selbstmachen die ganz kleinen Verlage unter Umständen härter angreift als die großen, weil die kleinen bisher so die Talentscouts waren, jetzt machen das die Autoren selber und wenn was läuft, wird wohl irgendwann auch ein größerer Verlag vielleicht ankommen und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man das machen will und ob man bei einem guten Angebot dann sich wirklich leisten kann, Nein zu sagen, ist dann auch immer nochmal eine andere Geschichte, aber natürlich tut der Verlag, wie wir ihn bisher kennen, eine ganze Menge außer in Anführungsstrichen nur Marketing oder den Vertrieb leisten. Lektorat gibt es bestimmt auch negative Beispiele, aber es gibt natürlich auch gute. Ich möchte noch was zu der Anmerkung von da hinten sagen, dass ich habe das akustisch sehr schlecht verstehen können, aber so rausgehört, ja Journalisten wissen ja sowieso, wie man schreibt. Das mag vielleicht sein, aber Sie wissen noch lange nicht, wie man lektoriert. Also auch wir haben, wir haben zwar keinen Lektor bezahlt, wir haben aber nicht auf einen Lektor verzichtet, auch das lief ehrenamtlich ab. Wir haben also unter uns alle Texte rumgereicht und wir haben jemanden von außen mit einem sehr kritischen Blick auch drüber gucken lassen, der das auch sehr gewissenhaft gemacht hat. Also daran hat es sicherlich nicht gemangelt. Wir waren allerdings sehr, sehr skeptisch, Fixkosten anzuhäufen für ein Buch, von dem wir nicht wussten, wie viele Erträge wirft denn das wirklich ab und wollen wir denn auch noch ins Minus gehen, wenn wir schon nichts damit verdienen und haben dann zum Beispiel auf einen gescheiten Satz verzichtet. Also das sieht man dem Buch durchaus an, das ist einfach vom Design her innen nicht besonders schön. Es ist auch keine einzige Illustration drin, auch das hätte das Buch total verteuert und alles auf unser Risiko. Also da sieht man genau, was wir uns getraut haben und was wir dann sein gelassen haben. Aber ein Lektorat, da hätten wir auf keinen Fall drauf verzichten. Wir sind, da hinten ist noch eine Frage, aber tu uns den Gefallen, komm nach vorne und stell sie gleich, weil wir sind jetzt mit den 60 Minuten durch und wollen die nach uns folgenden Menschen nicht verschieben. Ich freue mich sehr, dass es so voll geworden ist und auch geblieben ist. Das ist ja immer eigentlich das Maß, gehen die Leute nach einer Weile raus oder nicht? Ihr seid alle geblieben. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste und vielen herzlichen Dank an euch. Dankeschön.